ARD Text im Auftrag von Funk Guten Tag wohl! Wir sind hier im grünen Doom-of-Deaf-Bus, genannt Motorex-Bus, unterwegs nach... Koblenz! Koblenz! Zuerst holen wir unsere kleine Schlagzeugerin. Genau, Schlagzeugerin holen wir. Zuerst Basel, dann Koblenz. Momentan schauen wir, wie die Musik läuft. Ein Doom-Bus ohne Musik ist wie eine Pizza ohne Käse. Boah! Ja. Kaffee finden Sie raus. Wir reden hier, Sprachbefehle. Hören Sie? Wie fühlen Sie sich? Super, wir sind hier schön gemütlich. In Doom-Geschwindigkeit. Jetzt kommen wir nach Koblenz. Ich sehe nicht einmal die Scheibe. Ah, da! Jetzt können wir Gas gehen! Woo! 20 Std. Kilometer! Es wackelt zu fast. Siehst du, seine Bart wackelt? Nicht zu schnell! Nicht zu schnell! Sarah? Hä? Erzählen Sie was? Nein, jetzt bin ich gerade am Tösen. Kalfi Zächer. Kalfi Zächer? Bisur, was? Das ist ein weltberühmter Koblenzer Schlagerfestival. Das aber nur alle vier Jahre stattfindet. Alex ist schon ganz nervös. Er hat sich extra schwarz angelassen. Juhu! Hören Sie jetzt alle! Zehn naften Friseusen mit richtig feuchten Haaren. Hossa, Hossa, Hossa! H 쏟 Zächerchen Fiesta Mexicana! La, 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 la! Whoo! Hahahaha... Fu desto! Stop! Besucher P denkеждene Er ia! 1 Cue